Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu einem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen. Das ist Drucksache 19-5384 zu Drucksache 19. Berichterstatter ist der Abg. Tipi. Wer übernimmt die Berichterstattung? Herr Müller, ich bitte um Berichterstattung. Zur Berichterstattung der Beschlussempfehlung. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in der zweiten Lesung unverändert anzunehmen. Danke sehr, Herr Berichterstatter. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen, deswegen kommen wir sofort zur Abstimmung. Wer in der zweiten Lesung dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Damit wird dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.